Guten Hallo, Willkommen zurück! Ja, bei der neuen Let's Play von mir. Ja, wir spielen Super Mario Land 2 6 Golden Coins, was endlich auch mein letzten Projekt war. Aber ich habe so großen Bock auf das Spiel, dass ich das einfach jetzt als Let's Play mache. Und dann werden wir mal bereit. Ach, die Musik ist so schön. Ja, auch Game Boy Spiele werden von mir Let's Play. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Wui, jetzt habe ich schon... Komm schon! Wui! Yay! Die 6 Golden Coins. Ein Spiel, was, glaube ich, das zweite Mario war. Was für den Game Boy gekommen ist. Ist ja klar, es ist auch Mario 2. Aber wie gesagt, ein... sehr schönes Spiel. 1, 2, 3, 4, 5. Bei 5 kriegt man Leben. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 3, 4, 5, 3, 5. 1, 3, 4, 4, 4, 6, 6, 7, 4. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10... ja oh verdammt, das war jetzt ein Fehler na egal so, jetzt können wir weiter wo wollen wir hin? wir gehen mal ins erste Level und zwar zum Baum eine sehr schöne Musik das Spiel ist also sehr kurz das werden wir sehr schnell durchspielen aber trotzdem macht es sehr viel Spaß das Spiel ist ein sehr lustiges Spiel und zack das komische ist, dass man immer wieder die gleichen Sachen wieder bekommt zack ja erwischt und weiter zack hoch springen hoch springen hoch springen zack 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 und holen uns die Glocke ein verdammt das hab ich gerade gesagt wir holen uns die Glocke wenn wir die Glocke haben kommen Bonusspiele wo ist das und dann die Glocke die Glocke sind wir hier drin in dem Schwabbel Das ist Baum-Sierup hier, glaube ich, oder sowas. Also der Ahm-Sierup oder sowas. Und wieder links hier. Ja, nein, nein. Durchspringen können wir ja ganz einfach durchlaufen und zack, und wir haben wieder ein Herz. Servieren? Nein. Schwimmende Kühe. Sieht man noch nicht jeden Tag. Jetzt lässt sich abend. Geil! Komm auch nicht weiter, zack, und... ZACK! Und dich, und... SAVEM! Jetzt können wir fliegen. Jetzt sind wir jetzt noch ein... Oh, das war knapp. So, und das hier noch, und... Und dann haben wir durchlaufen. Und wir haben's geschafft. Zum 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 zum... Und die Lambo aus dem. Verdammt! Tschüss du du und hier hin. Uuuuhhu. Tresst mich nicht. Tresst mich nicht, trisst mich nicht, haha. Ahahahahaha So? Konflik Mario Bien auf, bien auf, auf Hier hin. Kommst du hier? Und wieder die Golding-Teile. Yay! Das wollte ich haben. Drei Leben. Danke. Auf zum Boss. Und da runter mit dir. Ja, cool. Und hier rauf die Eule rauf. Wir bringen uns jetzt hoch und... Ob wir fliegen können, können wir ganz einfach hier rauf. Kurz inzwischen schlocken und jetzt gehen wir hier rauf. Und fliegen mit einer Geschwindigkeit rüber. Zack. Mal hier kurz inzwischen schlocken und fliegen wieder rüber. Jetzt müssen wir hier rauf. Zack. Ui. So, wir haben es nicht geschafft. Wir sind echt da. Ich finde die Musik voll cool. Wir sind beim Boss. Hallo Boss. Oh, ich weiß... ... Du siehst scheiße aus. Geht' zufüße, du schwachst. Blrrrrrrrrr. Das ist viel zu easy. Oh! Und tot! Besiegt! Yay! Das war der erste Boss! Und wir haben die erste Boss! Yay! So, weiter geht's! Auf der Schüttelte! Und was er will jetzt? Nee, will ich nicht. Eins, zwei, drei, vier. Okay, wir haben genug fünf da wurscht. Das war's! Und jetzt, die Hio! Ja, das war's. Oh ja, ja. Oh ja, ja. Oh ja! Oh ja! Oh ja. Oh ja! Oh ja, ja. Oh ja, ja. Ja, schon kommt ja auch. Jaaaa! Immer wuckuliert! Du wirst das Fliege sehen, ich kann es wirklich beknallen. Jaaaa! 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 Prrrrrr! Prrrrrr! Na, Leben ist auch wieder gut. Prrrrrr! Okay, wir können wieder raus. Danke, Mario! Mit U-Boot! Rlica! Rila! Tote Füsche. Heil! Die Stachis aus Curly. Könnte ich mal was zum Leben haben? Nein. Wunderschöne, wunderschöne Urwaltdach, ey, ich brauche mal da sowas zum Pilz oder sowas. Wunderschöne. Das ist auch voll die alte Musik von den Sternen-Dingen, ey. Haha, aus ihr kriegst. Wow. Und hier rein. Was war das denn? Der hätte mich gar nicht treffen können. Wow. Gemeinheit. Und hier rein. Oh, danke. Und hier rein. Da rein. Hier rein. Jetzt gehen wir weiter, 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 weiter. So. Da leck mich doch am Arsch. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.